Die positiven Effekte einer guten Gebäudereinigung sind nicht nur das Werterhalten eines Gebäudes, das Wohlfühlen der Menschen, die sich darin bewegen, sondern auch der hygienische Anspruch, der in der heutigen Zeit deutlich zugenommen hat. Gerade in Bezug auf Gesundheit sichert unser Gütezeichen allerhöchste Standards. Effizienz in der Gebäudereinigung zeichnet sich auch durch den Einsatz moderner Technik aus. Von der Roboterleistung bis hin zu modernen Reinigungswagen bis zur Oberflächenreinigung, die teilweise in Schraubenreinigung vollzogen werden kann. In meiner über 30-jährigen Erfahrung in der Gebäudereinigung und im Reinigen im Gesundheitswesen sind natürlich viele Dinge aufgefallen, die heute nicht gut laufen. Mit dem RAL Gütezeichen können wir in Zukunft genau diese Punkte ausschließen. Eine qualitativ hohe Dienstleistungserbringung erfordert Wissen. Dieses Wissen fördern wir aktiv mit unseren Seminaren, Veranstaltungen und Marktblättern. Darüber hinaus achten wir ganz besonders auf die Arbeitssicherheit und Ergonomie bei den Reinigungskräften. Die Einzigartigkeit unseres RAL Gütezeichens besteht darin, dass weit über die Anforderungen gesetzlicher Normen hinausgegangen wird. Auftraggeber können sich sicher sein, dass Betriebe mit Gütezeichen eine absolut hohe Qualität erbringen. Ich bin überzeugt davon, dass unser RAL Gütezeichen einen sehr hohen Wettbewerbsvorteil erzeugt. Weil wir nicht nur die höchsten Standards setzen, sondern diese auch konsequent kontrollieren. Wir der RAL Güte-Gemeinschaft sehen uns als bundesweiter Qualitätstreiber und dieses Netzwerk werden wir kontinuierlich ausbauen. www.berta.nl www.berta.nl Untertitelung des ZDF, 2020